Hallo und herzlich willkommen zurück zu... Ich wollte gerade Metal Gear Solid sagen, aber wir sind natürlich bei Devil May... Hallo und herzlich willkommen zurück zu Devil May Cry mit Auftrag zu in Schlucht des Nebels. Versuchen Sie, dieses Labyrinth lebendig zu verlassen. Nö, 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 da hab ich keinen Bock drauf. Weil Leben können ja alle. Ich sag lieber nö, nö, ich sterb. Ja, ja, hab ich schon gesehen, dass du aufstehst. Deiner Noob. Hier wird hart geschossen. Oh Gott. Alter, du kannst auch Richtungswechsel nicht so gut eingeben. Das ist voll nervig, ne? Muss ich einfach mal so sagen. Mhm. Jetzt bin ich kaputt. Arschkrampe, ey. Oh, warte. Ja. Yay. 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 Cool. Ich wollte doch springen. Boah, Alter. Jetzt... Jetzt ist das so dumm, ne? Was macht der denn da die ganze Zeit weg? Guck mal, jemand anderen. Oh. Geh weg. Oh, du dir jetzt auch weg. Mann, 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 ey. Es ist irgendein Rätsel. Tal des Nebels. Wähle den richtigen Weg, um ins verlorene Land zu kommen. Nur jene, die das schwache Licht schützen, werden die Macht haben, den richtigen Weg zu finden. Hey, Licht bleibt hier. Das Licht geht einfach mal zu irgendeinem anderen Arsch. Jetzt... Kaputt. Boah, jetzt... Geh kaputt. Jetzt... Geh kap... Meine Fresse, du, ne? Wo ist denn jetzt das komische Licht? Jetzt ist es weg. Boah, geil. Das ist geil, Junge. Da, wo musst du nämlich sein? So, komm mal her, hier. Nein! In? War anscheinend richtig. Jetzt... Alter. Jetzt geh ich wieder zurück. Ach, leck mich doch am Arsch. Was ist denn das für ein Kack, ey? Diese... Hä? Jetzt bin ich ja wieder hier. Hä? Okay. Oh, ist das nervig, ne? Ja, ja, leg mich am Arsch. Ich hab keine Zeit jetzt. So. Da, 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 da. So. Alter, ich drücke in die Richtung. Warum greifst du einen anderen an? Arsch. So dumm, ne? Warte. Ich brauch das. Oh, geh kaputt, Mann. So. Auch du gehst kaputt. Warte auf mich. Und ich darf nicht zurücklaufen. Weil wenn ich zurücklaufe, ist es ganz scheiße. Jetzt muss ich gegen die Kack-Bratzen kämpfen, ne? Hä? Ist ausgeglichen, wie ist die denn ausgeglichen, bitte? Ja, natürlich. Kannst du mal zu einem anderen schießen? Oh, meine Phrase, ey. Da kriegst du doch echt. Es ist irgendein Rätsel. Ach so. Ja, das Rätsel ist ja toll, aber ich weiß ja Bescheid. Lichtlein, warte auf mich. Ich komme. Oh Gott. Nein, nein, nein. Ich darf nicht zu nah am Ausgang sein. Oh Gott. Yay. Alter. Jetzt geht weg hier. Weg, 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 weg. Macht euch vom fucking... Ackermann. Ja. Meine Güte, die gehen mir auf den Sack, ne? Jetzt gib mir den roten Orbs, man. Licht, warte. Warte, Licht, warte. Halt ster... Verdammt, ich glaube, jetzt ist es weg, oder? Irgendwo... Ne. Ne. Also, ne. Ne. Aua. Oh. Warte. Nächster. Ist sie tot? Oh. Sie geht zumindest weg. Ich fasse das... Oh. Warte. Ah, hier, kriegst du schon einen Blitz im Arsch, ey. Blitz im Arsch. Stehst du drauf, ne? Ja, ich weiß. Ne, ist mir egal, ich kann jetzt nicht durch. Ich habe andere Sachen zu tun. Guck mal, da liegt da was. Und da muss ich auch hin. Wie komme ich da hoch? Da, so. Gib her. Hier, der Laterne oder so. Geweihtes Wasser. Göttliches Wasser, das hat... Ne, 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 das finde ich ja toll. Mhm. Das muss auch eine Götterstatue gewesen sein. Was kann sein? Es ist die Statue einer Wassergötterin. Sie ist durch Wind und Regen verwittert. Das arme Ding. Ja. Aber es ist doch ziemlich blöd, wenn diese Statuen immer... Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Und damit haben wir diesen Auftrag in 7 Minuten 27 erfüllt. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Ein B-Rang also mit C. Insgesamt wird da, glaube ich, nichts mehr. Wobei doch... Ich mache direkt den nächsten Scheiß drauf. Ich brauche nie speichern. Pff, wer muss denn schon speichern, solange kein Bosskampf kommt. Ist ja alles cool. Auftrag 11. Schicksal. Bringen Sie den Kelch da und öffnen Sie den Weg. Alles klar. Ich kann dich ja gar nicht treffen, du Sack. Du bist ein kleiner fucking Cheater, weißt du das? Alles. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiui. What the fuck war das? Wo ist er hin? Ach so. Bist du ausgewichen? Hä? Ausgewichen bin ich. Ah ja, einfach. Das war ja natürlich voll einfach. Hä? So, wir holen uns erstmal... Das... Nee. Hm? Da komme ich auch gar nicht hin. Ah, holen wir uns erstmal das. Hier ist eine Inschrift. Jene, die nicht im Besitz des Zeichens sind, sind des Kelchs unwürdig. Ich glaube, ich muss da runter. Gehe den dunklen Weg zum Licht der Trauer. Das Zeichen ist im Käfig der Verdammnis eingesperrt. Das ist aber gemein. Alter, wie kriege ich denn da doofe, rote Lisch da oben? Okay. Ja. Ach. Boah, es könnte sein, dass ich da jetzt runter muss für, ne? Naja, irgendwie so funktioniert das nicht. Egal. Hey, nein, halt, warte. Ich will den Orb haben. Es kommt hoffentlich gleich wieder zurück. Ich warte. Ich warte, ich warte, ich warte. Ja, 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 ich warte. Da ist er. So. So, da oben kann ich auch rauf. Ne, doch, kann ich. Ah, da hätte ich noch rauf gehen können. Ähm, ich verstehe. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal da rauf gucken, was auf der anderen Seite ist. Ach, da unten ist auch eine Tür. Okay. Aber gehen die auf? Keine Ahnung. So, fliegen wir mal auf die andere Seite. Habe ich nicht gekriegt? Schade. Ich glaube, hier kann ich so rauf. Da muss ich gar nicht auf das Ding da. Bam. Und bam. Ja. Machst du nämlich nichts. Dann fallen wir einfach runter. Machen wir bam. Bam, weil läuft. Ähm. Warum komme ich hier nicht rauf? Ah, geht doch. Hä? Ah, wollte ich schon kurz sagen. Oh, guck mal. Ich bin wieder runtergefallen. Cool. Du bist so blöd. Ja, 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 so blöd. So, was ist das? Ah, ein Teufelsdingsbumm. Alles klar. So, ich werde jetzt gucken. Muss ich jetzt hier runter? Bestimmt. Ach, nö, geh weg, Mann. Mach nicht vom fucking Acker, Junge. Eine scheißige Art, du blotst dich auch trotzdem drauf. Boah, der hat mich voll erwischt, ne? Seine hässigen Pranke. Gib, 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 danke. Ich glaube, ich muss das kaputt hauen. Aber ich habe gar nicht so viel. Ich muss mehr, ich muss mal mehr Orbs sammeln, damit sich das auch lohnt. So, weg mit der Wand. Weg. Mit der Wand und mit den Gegnern, weg. Weg, 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 weg. Nerven den kleinen Kackbratzen, ey. Warum sind jetzt schon mal vier hier? Da waren ja nur drei drin. Schiederei. Wir halten trotzdem voll viel aus, finde ich, ne? Alter. Hammer, Massaker hier. Oh, der ist down. Au, was waren da was? Also, Freundchen. War smoke, ne? So. Der ist noch gar nicht tot. Jetzt ist er tot. Und noch eine blaue Kugel. Und ich glaube, damit habe ich vier von vier. Und damit ist mein Leben wieder ein bisschen verbessert. Ne, es ist die erste blaue Kugel. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist die erste blaue Kugel, die ich habe. Oh, Moment, da ist noch mehr. So. Und weiter geht es nach oben wieder, yeah. Aha. Aha. Zeichen der Keuschheit. Ein präpariertes, mit Kristall bedecktes Tierorgan. Darin liegt das Zeichen der Keuschheit. Ohne dass der Kelch nicht gefunden werden kann. Man könnte vielleicht auch sagen, es ist ein Gehirn. Aber, das weiß man ja nun auch nicht. Es ist einfach nur ein präpariertes Tierorgan. Punkt. Ja, wir haben wieder Gegner am Start. Cool. Yay. 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 Boah, jetzt rast ich aus hier. Guck mal, er greift doch irgendjemanden an. Weißt du, egal wo ich hingehe. Ist ihm wurscht. Boah, Alter. Hier will ich irgendwie nicht sein. Geh mal runter, bitte. Oh, entstressig. Oh. Komm schon. Na ja, geht doch. Er kann halt nicht so coole, coole, coole Moves, weißt du. Irgendwie, er kann nur so ein paar Moves, die irgendwie sind. Aber nicht cool. Ist er tot? Nein. Jetzt er tot. Ist mir egal, ob du blockst oder nicht. Ich mach dich trotzdem kaputt. Jetzt hab ich aber auch relativ viel Leben verloren. Aber die waren auch nervig, muss man auch einfach sagen. Moment, da ist noch mehr. Gib, 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 gib. Moment, das kleine... Na ja, das hol ich mir auch noch. Das hol ich mir auch noch. So. Wieder rausspringen. Jetzt hab ich schon mal das. Okay. Okay. Ja, gut. Und, äh, jetzt? Hier rein? Ich geh einfach mal rein. Mal gucken. Hallo. Hallo. Auf dem Sockel ist ein Pokal, geschützt von einem kräftigen Licht. Erweise dich des Zeichens würdig. Soll ich... Ja, klar. Sie haben das Zeichen der Kreuschheit verwendet. Und ich bekomme direkt den Kelch. Geil. Nee. Der schon wieder. Okay. Okay. Ist mir egal, ob du blockst. Aua. Okay, es ist mir nicht egal. Ich hab gelogen. Ich bin... Also... Also, nee. Nee, 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 nee. Das ist nicht cool. Ich bin... Ich... Nö. Nein. Achso. Ich könnte jetzt natürlich... Ich benutze mal den, dann ist es direkt wieder fresh, Junge. Direkt wieder da, dann haue ich ihn direkt wieder auf die Fresse, weißt du? Hä? Aua. Aua. Okay, jetzt sollte ich es vielleicht auch nehmen. Okay. Boah. Immer dieses Ausweichen, ne? Aber ich hab... Oh Gott. Ah, jetzt wird er mich verarschen. Aber guck mal, er ist danach immer so ein bisschen gestunt. Und dann kann ich ihm aber schön eine reindrücken, ne? Nee, nee, nee. Nee, nee. Uh. Uh. Ah. Uh. Uh. Oh. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Boah, Alter. Ist blöd. Warum kann er denn eigentlich meine Dämonform ablocken? Okay, jetzt hab ich die Dämonform nicht mehr. Jetzt hat es alles wieder cool, mein Freund. Boah. Uiuiuiuiuiuiui. Ah. Warte, haben wir aber hier schnell. Zack, ne? Nein, 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 nein. Ach, du Arsch. So. Ja. Und dieses Mal bleibst du tot. Wenn es überhaupt der gleiche war. Weiß ich ja auch nicht. Jawohl, die ganzen Seelen nehme ich mir natürlich gerne mit. Wo muss ich denn jetzt hin? Oh, guck mal. Hier gibt es einen geheimen Geheimweg, der anscheinend sehr geheim ist. Der ist so geheim, dass man ihn nur finden kann, wenn man da einfach den Mut hat, drüber zu springen und vielleicht auch zu sterben. Ja, tsch, ja, hm. Ah, hallo? Wie komme ich jetzt hier runter? Ah, hier, oh, nee. Irgendwie geht es hier wieder weg. Ich glaube daran ganz fest. Aber hier ist doch auch kaputt. Ha, 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 hm. Ha, ha, ha. Boah, Alter. Manchmal ist der echt einfach nur zu dumm zum Kacken, ne? So, mein Gott. Jetzt geht er da nicht hoch, flippsch aus. Na ja, dann nicht. Dann gehen wir hier über diese wunderschöne Street entlang. Meine Fresse ist die geil, ey. Oh Gott, wo bin ich denn? Halle, ich will da rüber. Warum? Hä? Maximale Verwirrung, ey. Okay, ich gehe von der Seite. Ich glaube, das ist viel besser von der Seite. Hä? Ich würde auch hier... Ja, mache ich das so. Mein Gott, ey. Easy. So. Es ist eine Statue eines goldenen Ritters. Scheinbar wurde hier einmal etwas abgestellt. Soll ich den Kelch verwenden? Nein. Natürlich, was sonst? Und die Türen sind wieder frei. So, holen wir uns einmal das. Springen dann hier runter. Das Ding ist nicht auf. Aber das bedeutet ja, dass die Türe auf ist. Und dann gehen wir ja da durch. Kein Problem. Und damit haben wir diesen Auftrag ebenfalls beendet. War das jetzt 10 oder war das 11? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist er vorbei. Ei, ei, ei. Und damit bin ich dann auch wieder am Ende angekommen in dieser Folge. Ja. Deswegen werde ich jetzt speichern. Bedanke mich bei euch. Mein Controller fällt gleich runter. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Und jetzt bitte. ARD Text im Auftrag von Funk